Hallo, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play &amine Month-Crache, und mein Güte. Mit Simon! Und der Chico, genau! ну, noch mal. Und jetzt ein leckermer Kakaobohnung hier? Mhmm, come here, yam, yam, yam. Ja, da, da! Nicht aufessen. Ich muss die auch noch benutzen hier. Und der Со oft muss sie erst mal vermehren. Und wir haben Fisch gestartet, dass wir so gut wie gar keinen Strom mehr haben. Irgendwie wird der einfach pulverisiert hier, definitiv. Ja und von dem jetzt machen wir uns jetzt noch mal ein Meke, Anus, zum Windkraftwerkrad. Irgend so was in der Richtung, insofern ich es denn finde. Ich brauche... Robben. Ah, okay. Ja, du... Robben, hallo, kleiner, süßer Du. Materialien. Gold? Monster Drops. Ja, ja, hier. Können wir eigentlich... Was war nochmal das Ding, was die Sachen pulverisiert? Der... Der Crasher. Wie ist das von dem? Ah, der Mittlere müsste das eigentlich sein, wenn ich mich nicht täusche. Okay, der kann keine Knochen. Kann der nicht? Nö. Warte. Egal, daneben. So wie gewohnt. Zwei. Und ich glaube, ich mache gleich zwei Windkrafträder noch. Jawohl. Dann können wir an die Query auch nochmal eins hin querrien, wenn wir schon dabei sind. So, und dann brauchen wir noch einen... Nee, die hier nicht. Das ist nämlich... Die hier brauchen wir. Okay, das ist zweimal... Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Hä? Ach so, ach, die habe ich schon. Ja, in dem Fall brauche ich die auch nicht mehr. Dann brauche ich bloß noch das und Osmium. 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 So, Osmium. Ach ja, Bäume fällen ist auch so spannend, wie durch die Welt fliegen. Weil wir wegen stundenlang auf einen unteren Holzblock klopfen müssen, wie der Baum kippt endlich. Oder kann ich das so machen? Nein. Doch. Weiße. Nee, kann ich nicht. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Und das hier? Ja. Eins. Was hast du für Problemchen? Äh, meine... Zwei Setzlinge haben sich gerade halbiert. Aus dem einen Baum kam kein Setzling raus. Oh. Oh, Gott sei Dank, hier sind drei. Uff. Hey, hey, hey. Schwein gehabt. Mhm. Kann ich die Windkrafträder direkt nebeneinander setzen? Wahrscheinlich nicht, gell? Ein bisschen Abstand sollte zu lassen. Oh, nö. Sonst, wenn die sich berühren, ist nicht so gut. Was passiert dann? Dann funktionieren die nicht mehr. Echt nicht? Wow, das geht ja wohl, oder? Doch, die drehen sich beide. Lol. Sieht aber scheiße aus. Ach, lass so stehen. Guckt sich hier keiner an. Eigentlich nicht, gell? So. Mhm. So, eine Runde. Wenn man nach oben guckt, packen sie sowieso weg. Das sowieso, ja. Warum auch immer. Ja. So, mal gucken, ob wir jetzt mehr Strom kriegen. Hm. Irgendwas frisst uns richtig schön den Strom weg. Ich setze mal noch ein drittes hin. Die blöden Bäume wollen mich echt verarschen. Kommt echt maximal immer einer raus. Das war gerade der Kampf zum Glück drei. Ich will aber insgesamt vier haben für einen großen Baum. Mann, Mann, Mann. Warum? Haben wir noch so ein, keine Ahnung, so ein Messgerät für Strom? Gibt es da was? Äh, gute Frage. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Gibt es schon irgendwas. Aber, die Frage ist was? Diese Bäume bringen mich noch mit dem Verstand. Ach Gott. Was ist das gewesen? Ich meine, das sind drei Windkrafträder. Das streben wir so viel, wie wir schon schon. Aber wo wird das überall hingepulvert? Wahrscheinlich ist man doch. Und jetzt, wer hat die Frage, oder bringen die vielleicht keinen Strom mehr, wenn sie so nah sind? Hm, das kann sein. Hm. Ich könnte mal das Kabel oben wegkappen und dann nochmal gucken. Ob sich die Batterie wieder lädt. Weil die hat sich ja eigentlich schon ziemlich schnell geladen. Ja doch, die lädt sich schon. Aber krass, was braucht denn dann so viel Strom? Ich meine, irgendwas zieht uns den Strom? Hm. Nee. Doch, es zieht immer noch leer. Aber ich habe da jetzt drei Windkrafträder hingesetzt. Hm. Ansonsten, musst du nacheinander alles abschalten. Also alles mal abkappen und dann gucken, was dann hier nur jetzt den Strom frisst. Hm. Oh Gott, ich back schon wieder durch die Welt. Und wieder? Wenn ich es hier abkapp? Das war das... Vielleicht ist es die Refinery, die so viel Strom frisst. Ja, ich... Das überlege ich mir gerade auch. Weil die sollte ja eigentlich durchlaufen. Ja, das ist auch die einzige, wo wirklich gerade durchläuft. Aber dass die so viel Strom braucht? Echt jetzt? 8 Kilowatt, 120 Volt, was auch immer das heißt. Hm. Gut, aber die ist ja auch irgendwann mal voll. Und dann stört es uns eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Die verbraucht ja durchgehend drum. Ja, aber die ist... Irgendwie wird das hier oben nicht voller. Habe ich das Gefühl. Das war doch letztes Mal. Oh, egal. Irgendwas ist hier sehr strange. Leck wieder ein bisschen. Warum tut dieses Zerberlecken? Das ist nicht nett. Nääääh. Aber das ist gut. Jetzt leckt es bei beiden und nicht mehr nur bei mir. Äh, bei dir. Ach mein Gott, ey. Nur Probleme ständig. Ist doch zum Kotzen echt. Ist denn hier los? Meine verdammte. Ah doch, jetzt ploppt er raus. Krass, wie lang? Warum? Ich will mal einen Kakaobohnen haben. Jetzt gib mir mal einen verdammten Kakaobohnen, Mann. Och, Mann. Ich werde dich quengelig. Ja, wir haben leichte Leckprobleme, ganz ehrlich. Das sehe ich auch so. Aber die CPU-Auslastung ist nicht hoch. Die ist auf maximal 50%. Das ist doch ein scheiß Wiss hier. Ja, 33%. Hm. I don't know. Habe ich denn jetzt... Noch viel weniger. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ist das der kleine Roboter? Wo das hier alles so zum Einsturz bringt. Das habe ich gerade eingesammelt. Oh. Vielleicht ist er das. Warte mal, ich gucke mal kurz in die Konsole. Irgendwelche Fehlermeldungen schmeißt. Nö, eigentlich nicht. Hä? Gut. Jetzt leckt's wieder? Ja, jetzt leckt's wieder. Ist er hingestellt? Hm. Ja, es leckt. Es leckt. Deluxe. Hm. Ja, gut. Also, ähm... Ist es der Roboter? Nee, ja. Achso, nee, nee. Der Roboter ist noch bei mir im Inventar. Der ist... Der fährt gerade nicht mehr rum. Hm. Na, jetzt hab ich Urlaubsdinn gemacht. 33%. Also, was zum Teufel ist denn hier noch falsch gelaufen? Ich... Hm. Jetzt kann ich den noch mal hinsetzen. Den da, den da. Nee, ich kann auch meine Axt nicht mehr einsammeln, lustigerweise. Hier spielt ein Pferd mit dem Feuer. Das rennt hier um den Lava-Pool rum. Ganz schön gefährlich. Immer eine Kakaobohne. Was ich auch nicht mehr verstehe. Also, das Fuel wird gar nicht mehr in die Tanks reingeleitet. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwas kommt hier mit dem Server gar nicht klar, hab ich das Gefühl. Ja. Und der Server kommt hier mit irgendwas gar nicht klar. Irgendwas crasht dann gerade. Nee, crashen nicht. Es läuft ja. Aber es ist quasi wie Schluckauf. Hatten wir doch beim... beim, ähm... irgendeinen Server. Anleashed-Server auch gehabt. Dass irgendwas immer den Server zum... zum... Also Schluckauf quasi. Dass er kurz hängt. Hängt, hängt, hängt. Und dann geht's wieder. Oder wie aufstoßen. Keine Ahnung. Ja. So, ich würde Cookies machen. Das brauche ich Weizen noch. Nö. Ich weiß nicht, habe ich das Zeug jetzt eingesammelt? Eins, zwei... Da oben hängt noch einer. Eigentlich schon. Drei müsste ich jetzt haben, ja. Und die werden halt hier angepasst. Ja, aber das ist echt komisch. Das Fuel fließt da rein in die Tanks, aber es fließt halt eben nicht rein. Es wird nicht wirklich in den Tanks oben gespeichert. Glaube, ich muss mal... Es gibt so einen schönen Mod. Der ist geil. Der ist am besten... Der ist für Server gemacht. Da kann man sich auf dieser... Kennst du die Übersichtskarte von Hexit? Hast du schon Hexit gespielt? Ja. Und das ist ja diese große Übersichtskarte, die du auch durch die Gegend schieben kannst, wo einfach alles gespeichert wird. Für diese Karte gibt es quasi diesen Mod. Und du kannst dir auf dieser Karte alles anzeigen lassen, wo was passiert. Also wo irgendwelches... Ja, Movement ist quasi. Wo der Server irgendwas abfragt. Und somit kannst du halt Lecks genau auf den Block genau bestimmen. Nee, nee, bestimmen. Erstmal und dann fanneln. Ja, ja, ja. I know what you mean. Gut. Ja, äh... Ach, damn it. Mano, ich will mal einen Weizen haben. Gib mir mal einen Weizen. Aber guck mal, das heißt, dass Leck ist sowohl bei dir als auch bei mir. Ja. Das ist jetzt definitiv der Server. Aber warum? Dann unmoved, Romilly. Okay. Aber das ist ja nur eins. Ach, Mensch. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Ist da Wacker aus? Ja. Lecky, lecky, leck, leck. Lecky, lecky, leck, leck. Ich geh gleich mal Eli fragen. Eli wird Rat wissen. Okay. Okay, ich hab meinen Weizen angekommt. Ja, ich krieg den Tank. Finally. Gut, ähm, ja. Ist verrückt. Was kann ich denn tun? Ich kann nämlich nix tun. Irgendwie. Alles, was ich abbaue. Das sind nicht mal fünf Sekunden, die Labels hier gerade hat. Oh, jetzt hab ich's. Oh, jetzt hab ich's. Sind fast acht oder so. Wobei ich aber auch echt einen hohen Traffic hab. Oder nicht? Nee. Ich brauch Papier. Genau. Hm, hm, hm. Wollen wir noch ein paar Papier? Ich wollte hier mal noch gucken. Ach, nö. Ich muss schon wieder ausfällt. Ich will nicht. Ich glaub, ich häng die Tanks so lang ab, weil so lang macht die Refinery irgendwas und pumpt hier sinnlos hoch und es landet aber oben nicht in den, in den Tanks. So, keine Ahnung, vielleicht so. Ich hoffe, dass die jetzt weg sind. Nachher nochmal hochgucken. Und kann ich die irgendwie ausschalten? Ich glaub ich doch, ich kann nicht. Das hier kann ich einfach. Haben die irgendwo? Ja, so glaub ich. Müsst's eigentlich. Umabschalten. Nicht mehr rauskommen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, oder? Ja, ich glaub, das müsst. Ich esse lecker Fortune-Cookies. Okay. Oh Gott. Selbst was hat denn lecker? Ja. Oh Gott, du hörst dich richtig. Rom. Ja. Und alle essen. Oh, da kam Glückskeks raus. So, was gibt's denn hier? Was sagt denn meine Zukunft? Ähm. Oh je. Ach, nichts Wichtiges. Nur bla bla bla. Es wird jetzt sowas drinstehen wie der Sauber wird abstürzen. Also so. You can do anything at zombu.com. Okay. Alles klar. Da müssen wir doch direkt mal hingehen. Ja. Was gibt's denn noch? Was interessantes? Oh, ich hab auch noch Leder, seh ich grad. Egal, ich hab genug Leder. Und man kann ja hier einfach Zombie, Zombie hier, verrottetes Fleisch in, äh, Leder verwandeln. Genau. Das wollte ich jetzt auch, genau, ich brauch was zum Verzaubern. Oh je, kann ich die so ab? Ich hoffe, dass das, was war denn das da? Das tue ich auch mal hier oben hin, hier oben rein. Und die da auch. Und das Steel Casing tue ich auch mal da rein. Was soll ich denn mit den ganzen Torches hier machen? Denn das setze ich, glaube ich, oben noch ab, damit ich das mal ein bisschen freier krieg. So, und, ja genau. Und so. Haben wir noch irgendwo Kohle? Äh, ja, bestimmt. Ah ja, hier, ich hab gefunden. So, was brauch ich denn noch? Kann ich hier überhaupt schon alles hier machen, hier? Ach. Klar. Ach, so, ja, da ist das Ding drin. Stimmt. Gerade gedacht. So, äh, ähm, ähm, da. Hm, kann ich die, ah, Stop Refining vielleicht. Aber ich verstehe das trotzdem nicht, dass wir so viel Energie brauchen. Also, hm. Ich finde das ein bisschen eigen. Irgendwie hab ich das Gefühl, da passt was noch nicht so ganz. Ach, das können wir noch gar nicht. Ach, verdammt. Hm. Wo steht sie denn? Zucker, ich brauche Zucker. Zucker, 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 Zucker. Und Buch? Wir sind ja immer noch auf Tier 2. Ja, mein Gott, lass mich das mal weitermachen, hier. Ich muss erst mal den Kakaonbohnen finden für die blöden Glückscookies. Ja, ja. Mhm. Alles klar, so. So, und? Go, baby, go. Go. Das tue ich mal oben rein. Das da tue ich hier rein. Ähm. Die da tue ich hier rein. Die kann rein. So, was fehlt denn noch, ist die Frage. So. Was ist das denn hier? What is that? Jetzt habe ich ein Bucket. Hm? Wo soll ich einen Eimer haben? Weil du es kannst. Ach so, Adib. So, okay. Könnte Lapis sein. Lapis war, glaube ich... Jetzt habe ich auch schon das komische Fring von dir gehört, hier. Hm. Ne, das hat jetzt auch... Ist doch jetzt erst fertig. Ach so. Ach so. Braucht er mal ein bisschen. Ach stimmt, der braucht ja immer, bis der durchläuft. So, luck. Und jetzt fehlt noch, ich glaube, Rainbow für die Force-Schere. Habe ich die nicht sogar dabei? Ja. Ich denke, ich kann mir die Query jetzt umsetzen. Ach so. Ich bin auch noch hier dabei, ähm... Die... Ach, die Kisten zu machen. Ja, weil wir haben immer noch nicht genug Kisten. Das ist das Problem. Stimmt. Das war's. Yay. Okay, jetzt könnten wir rein, Theo. Praktisch. Wie viel fehlt noch? Ist hier drei. Ready for. Hm. Was war's? Mach's doch. Kann ich das einfach abbauen? Ich glaube, mit dem hier. Ich probiere das erst mal. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Beim Tome steht ready for advance. Aber er macht es nicht. Warum nicht? Ich habe alles fertig, was er mir... Ach nee. Noch nicht ganz. Scheiße. Blind. Okay. Mist. Ach, nö. Nein. 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 Ach nee, es ist... Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich müsste jetzt anfangen zu braun. Aber muss ich nicht, weil dieses Fläschchen, was hier drin ist, ist nämlich das Experience-Fläschchen. Und das haben wir nämlich mal eigentlich schon. Oh Gott sei Dank. Nur, wo ist es hin? Das ist die Frage. So, kommt da jetzt mehr Strom? Jetzt mal gucken. Oh, hab ich die Getar. Damit... Ah, jetzt... Jetzt kommt da Strom. Okay. Und wenn ich das jetzt mache, dann... Boch. Boch. Hm. Verliert sie Strom oder verliert sie keinen Strom? Oh nee. Okay. Also mit vier Windkrafträdern kriegt man eine Refinery zum Laufen. Okay. Vielleicht sollten wir... Ähm... Hm. Warte mal. Du könntest auch eins der Windräder oben aufs Dach setzen. Weil oben macht das Ding ja mehr Strom und es ist näher an der Refinery. Was ist so schnell an der Refinery? Ja, du kannst es quasi direkt dran connecten als reines Windkraftwerk für die Refinery. Das heißt, die kann nur dann arbeiten, wenn das Windkraftwerk auch Strom bringt. Das heißt, wir haben hier unten unseren eigenen Stromkreislauf. Ach so, ja. Das könnte man allerdings auch machen. Hm. Auch ein Force Road. Lass mir das einfach aufs Dach knallen. Aber da brauchen wir noch mal ein Cube, weil ich weiß nicht, ob das direkt funktioniert. Müsste aber eigentlich. Aber kannst du gerne machen. Aber dann... Da muss ich das Öl wieder nach oben verlegen. Kann ich aus dem Tank oben rauspumpen? Funktioniert das? Müsste rein theoretisch. Musste ausprobieren. Ob es von oben geht, weiß ich nicht. Aber von der Seite oder von unten bestimmt. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Ach, genau das Buch. Okay. Ähm, kommt da jetzt oben eigentlich Öl? Äh, nicht Öl, sondern... Mag ich schon schauen? Mag ich das jetzt hier nochmal auswechsele? Kommt da jetzt was an? Lustigerweise nicht. Hm. Ich weiß nicht. Er kommt einfach. Aber da kommt er ja auch von unten. Da hat es ja auch funktioniert beim Öl. Achso. Äh, muss ich da das wieder anschalten? Ne, wo war das? Nicht hier. Da? Doch hier. Oh, hey. Wir haben endlich einen Experience-Turm. Das ist gut. Das heißt, wir können endlich unsere Level speichern. Oh. Erstmal alles aussaugen aus mir. So. Ausgesaugt. Kommt es jetzt oben an? Kohle geht noch nicht, ja? Ne, irgendwie nicht, glaube ich. Also irgendwie ist das strange. Ich verstehe nicht, warum. Mist. Ich brauche das mal hier ab. Hm? Habe ich noch Wireless genommen? Hm, nee. Dann mache ich es einfach mal so und so. Wieso? Wieso wird da kein Fuel mehr in den Tanks gespeichert? Das funktioniert einfach nicht. Ah, wieso backt das so? Warum kann ich den Flint nicht benutzen? Haben wir noch andere Tanks? Außer die Glas-Tanks? Äh. Ja, wir haben die Bildcraft-Tanks. Sind aus Oros-Glas. Also, weißt du, diese roten Dinger. Ah, ja, stimmt. Ja, weil irgendwie das Fuel, das hat zwar am Anfang funktioniert, aber jetzt funktioniert es einfach nicht mehr. Will das ja nicht rausfließen oder was? Ja. Versuch mal Bildcraft-Pipes. Ne, also, das fließt schon raus. Es geht aus der Maschine raus und oben in den Tanks ist es auch schon zur Hälfte drin. Aber? Aber jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Jetzt tue ich einen Tank davor hin und das fließt einfach, der Tank bleibt leer. Oh, warum geht denn das jetzt nicht? Ach, mein Gott, warum denn nicht? Eisendreck hier. Nichts funktioniert hier anständig. Das ist unglaublich, echt. Ja. Warum, warum, warum? Ich kann kein Flint mehr benutzen, warum denn nicht? Was, was? Habe ich nicht genug Liquid-Frost oder was ist los? Wahrscheinlich. Nein, in dem Tank ist irgendwas drin. Buch. Es zeigt es bloß dich an, oder wie? Buch. Wahrscheinlich ist es der Anzeige-Bug. Ähm, wollte ich jetzt, äh, ach genau. Ah ja, okay. Dann ist vielleicht da doch irgendwas drin. Er zeigt es bloß nicht an. Okay, dann ist ja alles gut. Ja, vielleicht, weiß nicht. So richtig bin ich mir da... Warum geht das nicht? Warum nicht? Nee, oder auch nicht. Ach, was weiß ich. Ja, aber warum? Warum? Er sagt mir doch, er sagt mir doch. Warum, 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 warum? Ich kriege einen Anfall, echt. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich lasse es jetzt, so. Alter, 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 alter. Ich habe... Ihr Volk ist vorbei. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Scheißteil. Teil. Chico am Abdrehen. Ja, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Ach, scheiße. ver. Haha. Bye.